geil hier liegt doch eine kamo crazy ich habe mir was ich die nehmen apio morphine auto injektor scheiße der alpha an seinen feldwege scheiße nämlich jetzt die klar besser wie in der entfield oder was du hast doch von uns gesehen in schuss die weg wie standard moni hast du zwei magazine und ein sd verläuft sich an dem scheiß ding um das will gehen magazin dazu oder was doch drei siehst du ganz hoch hätte ich jetzt hier wusste sich die waffe wechsel hätte ich mir die erste genommen aber hier ist alles leer die scheiße ich weiß hier ist nichts ganz oben ist nicht ja was sind denn die ganzen zombies die ich ja hier damit die treppe neis sei da das klang so als ob uns 50 zombies hinterher rennen alles military zombies neben haus haufenweise scheiße war ne falle scheiße ja so ungefähr und äh alpha weiß noch nicht wo du hin willst aber irgendwie hast du dir schon zwei mal im kreis gelaufen was ja ich such ne treppe ja hier war doch ne treppe warte mal wir müssen angehelfen ja deshalb will ich ja gerade runter aber da ist ja schon von einem feiten und ich find der treppe neid aber hier ist er dunkel ah ok dunkel ich komm bin auch da haut der zombie ab und 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 Falle! Falle! Klack, klack, klack! Der muss nicht mehr auf der Pistole! Aber da muss ja auch irgendwo was sein! Soll das ein Militärgebäude gewesen sein? Naja, scheint so! Zwei Stromgewehre! Das ist doch kein Militärgebäude! Das ist eine Burg! Ich such grad hier irgendwie... Das ist ein Wachturm! Scheint Militärgebäude zu sein! Weil ich seh ja sonst keine... Was denn? Steck mal die Zombies! Der eine hat ins Tarnak-Magazin! Oh cool! Also hier oben da auf der Straße, den ich erschossen hab, da geh ich nochmal schnell hin! Sind schon wieder respawned Zombies! Was ist denn das? Das bin ich! Auf jeden Fall sind die Zombies schon groß jetzt! Ja! Also Starnak-Magazin... Hast du... Crazy, du hast doch gesagt, du hast verschiedene Magazine! Hast du auch Starnak? Ich hab vorhin welche gefunden! Die hab ich aber nicht mitgenommen! Warum soll ich dich mitnehmen? MP5-Magazine! Aber Starnak war da nicht dabei! Äh, da hinten ist ein Schwein! Wie sieht denn das jetzt aus? Wollen wir mal ein bisschen Fleisch holen? Komm, machen Rauchgranate! Komm, ihr habt ein Messer? Ja gut, ich hab auch ein Messer, aber ihr wisst wie es geht! Ja, wir haben alles was wir brauchen! Ihr wisst wie es geht? Ich nicht! Doch mal abknallen, ausnehmen, braten! Ja, ich würd's nicht abknallen, ich würd's eher schlachten! Ja, ja, ne... Wo ist denn das Schwein? Sorry, ja, nicht da hinten her! Wo denn? Mir mach! Schiener Selbstverkehr! Wo bist denn du? Ja, der ist irgendwie hier hoch! Ah, weil ich wieder schwarz bin, ja! Guck mal hinter, genau hinter euch, hinter euch! Hinter uns? Ja! Hä? Ja, wenn ich hinter mich gucke, sehe ich bald! Gehen ab, ey! Crazy is schlimmer als... Ey, der ist nun mal schwarz! Den sieht man so schlecht! Genau deswegen spiele ich, naja, auf schwarz! Ach ja! Ja! Hast du noch Platz für Fleisch? Oder soll ich's nehmen? Aber ich kann jetzt meine anderen Magazine weghauen, die ich mit halb, ja, die AK-Magazine und so! Warum schieß ich denn das Schwein ab? Weil wir uns schlachten, willst du das lebendig schlachten? Ja, ich könnt da Messer rumgehauen! Ja! Ja! Äh! Ja, weil so... So ist ja... Also wenn es realistisch sein würde, wäre das Fleisch jetzt für'n Arsch! Ne, vom Arsch! Hast du ja alles weggeschmissen! Ja, das war ich... Crazy, du kannst ja hier Schmerzmittel nehmen, ne! Irgendwelche leeren Sachen hat er jetzt weggeschmissen! Pankeler! Was cool! Hier gibt's Städte zum Looten, Wälder zum Jagen! So, Bäume zum Fällen! Apropos Bäume zum Fällen! Ich werd' meinen Baum fällen! Ich werd' meinen Baum fällen! Das hab' ich noch nie gesehen! Ihm fällt der Baum rum? Nö, oder? Nö! Bei dem Baum ging jetzt auch grad gar nix! Ich hab' ich noch nie beobachtet! Weil das ist ja neu für mich! Apropos! Das ist da oben! Das ging aber schnell! Eine einzelne Hütte mitten im Wald! Aber ne Hütte kann man nicht rein, das ist ne ganz kleine! Sollen wir... Weiterjagen gehen und mehr Fleisch, oder wollen wir's gleich braten? Ich würd' sagen! Wenn wir genau nach Westen laufen, kommen wir sogar schon zur nächsten Stadt! Da gibt's auch ein Krankenhaus! Hast du Kompass? Ja! Na ja, wo ist denn jetzt Westen? Da! Oder was? Ich würd' sagen, wir laufen... Am besten ist da die Richtung! Ja, da laufen wir mal noch ein Stück durch den Wald und gucken mal, ob wir noch Fleisch finden! Weil wegen vier Stücken Fleisch jetzt hier noch Feuer einhalten! Äh, Mist! Ich habe Feuer gemacht! Mein Werk! Ja, genau! Also wer ein Schwein sieht... Ja, ich seh' einen, das läuft vor mir, heißt Onkel! Ja, ich seh' einen, das läuft vor mir, heißt Onkel! Er hat mir erst gefragt, wer ein Schwein sieht! So zieh' sich ab! Crazy, wir leben zwar in einer Zombie-Apokalypse, ne? Aber ein bisschen schmecken muss es trotzdem noch! Puhhohohoho, der war jetzt aber richtig fies! Hehehe ... Boah, wild, der war gemein. Du willst doch bloß von deiner Gemeinheit ablenken. Aber eins ist gut, der ist dann schon geräuchert, weil der raucht ja. Crazy schafft es immer, einen Witz total zu versauen. Wieso? Was ist so denn? Du hast doch nicht versaut. Da unten hat man auch ein kleines Kaff. Ja, das meine ich, ja. Aber, pfff, du hast doch Holz gesucht, hier ist doch Holz. Was willst du denn? Die Vorstadt von der Großen. Die Vorstadt von der Großen, ach so, wir sind jetzt schon da näher, oder was? Ja, das ist das kleine Kaff, was ich gemeint habe, und da kommt eine etwas größere Stadt. Ich sehe da einen Wasserturm, einen Wasserturm, lalalalalala, Wasserturm. Und? Oh, ich sehe halt einen Wasserturm. Ah, hast du eine leere Pulle? Nö. Komm, wir holen einen Wasserturm, um eine leere Pulle zu füllen. Ha. Genial. Ja, nicht? Nee. Wieso nicht? Rein logisch wäre das aber logisch. Hm. Ja. Logisch. Pff. Du würdest lieber in die Flasche reinpissen, anstatt so ein Ding, um zu sägen. Ein Bonhof, ein Bonhof, Bahnhof. Ich spitzende Flasche sehe ich, du kannst hier ja x-bliebige Rote auf einem sägen, da kommt keine Polizei an, hält dich auf. Ha. Ähm, ja, ich glaube, wir sind ja in der Nähe von der Stadt, ich sehe aber hier leider kein Schwein mehr. Nee. Doch, eins mit dem, naja. Ja. Das ist aber trotzdem ja die große Stadt. Doch, hinten ist sogar ein riesen Fernsehturm. Das ist trotzdem. Das ist trotzdem. Trotzdem ist das nicht. Ich verstehe schon. Das ist doch bloß gleich jetzt kleines, dann weiß ich hier auch nicht. Nee, das ist wirklich kleines. Das ist aber Militär. Da ist ja ein scheiß Militär. Da hinten ist so ein Militärturm da. Ach, ich sehe sogar Baracken. Baracken zum Gacken, komm mit. Aber ich sehe von hier alles nicht, ob man da reingehen kann. Baracken zum Gacken, komm rein. Baracken zum Neigacken. Das ist doch schon eine große Stadt, tut mir leid. Sollibor ist das. Sag ich doch. Also, das ist die große Stadt, halt ein größerer Ort. Etwas. Wir können auch das hier mal in den Bahnhof reingucken. Hier jetzt rin. Dann kommt der Zug. Und. 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 So. Oh, das kann man auch noch. Komm, Pop. Heißt Bahnhof. Nicht, 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 nicht. Hier ist diesmal leer. Große Scheine. Hahaha. Nur so klein. Ja. Crazy, du rennst nach. Drück mal auf X. Nee. Oh. Danke. Bist du, da kommt scheiner. Ich bin das zu geil. Alter, das für ein Bums die Knarre dahinter hat. Jetzt habe ich aber auch den Kopf anvisiert. Ah. Oh. Trau mich nicht. Ach. Alter. Was, du hast dich nicht getraut? Oh. Was los? Oh. Ich kenne hier. Der Alpha ist irgendwie dahinten. Ach, hier. Komm, du. Fuck. Unter uns kommen zwei. Da drin ist Munition für dich. Oder für euch. Scheiße, Muni leer. Scheiße, meine Maus hängt. Oh. Musst du nachladen. Geht wieder. Dem Häusl hier, das Muni. Der Onkel braucht die mehr, weil... Er hat mehr geballert. Hier liegen wir noch Streichhälter. Gehen wir mit? Oh Gott, habe ich doch schon. Sonst noch was? So, ich spreche es mal wieder auf die Pistel. Hier kannst du doch durchkrabbeln. Schnuckelchen. Ey, wenn man die begehen kann, das war jetzt geil. Weil das sind viele. Onkel, sind sie deutsch? Sind sie deutsch? Da nennt ich sie, weil du Onkel heißt. Alter, mein. Stirb doch mal, du Hund. Ja. Und, sind die Begeber? Weißt du nicht. Weißt du nicht, ich wollte ja noch ein bisschen. Da liegt ne Flinde schon mal, außerhalb vom Paragel. Ne Flinde? Ach du, Scheiße, du wirst geschlagen. Geh weg. Ja, der ist ihm umgefallen. Der ist umgefallen. Oh, komm hier jetzt endlich mal rein, Alter. Ja, ha, ha, ha. Der steht genau vom Eingang. Klasse. Bist denn du? Oh, mein Eingang, wo ihr allein gekrabbelt seid. Bleibst du? Äh, äh, liegst du da rum jetzt, oder was? Nein, ich... So, komm rein. Hä? Was ist denn, was da jetzt so ein Mist? Ey, da hast du dich aus. Was? Was? Loll? Ne, das ist ein anderer. Also hier bei den Gebäuden liegt daneben der Loot, wie das ausschaut. Komm mal hier in die Militär. Ja, hier ist der Militär. Ich hab schon eine Ahnung. Das ist... Oh, dann nimm ich die. Schöne Militär-Taschenlampe. Da kann man nämlich heute leuchten. Und zuheim leuchten. Hm. So, könnt ihr mal ganz kurz hier stehenbleiben, weil ich würd mal gerne in die Festplatte wechseln. Jo. Es lau, weiter geht's. Äh, Unge, du hast keine Munition mehr, ne? Doch, achso, ne, naja, bissl noch. Hab ich schon noch. Wenn du nachladen. Warum? Weil du nicht schießen kannst, wollen wir wetten? Ach, na eben, was ist denn das? Ja, weil ich guck mal deine Waffe an. Ich kann mir leider meine Waffe nicht angucken. Ach, doch, kann ich. Achso, na eben. Hupsala. Das ist eine Rauchgranate. Na dann, gehen wir auf Militärgelände mal auf Militärausrüstung. Ah, da kommt einer gekrabbelt, das ist meiner. Das ist meiner. Den triffst du wenigstens, oder wie darf ich das nicht gehen? Die triff ich. Also, da kann man kein... ...gebäude reingehen. Ne, scheiße. Und die Zombies sonst vergoldet. Guck mal, ob die Zombies irgendwas einstecken haben. Leere Pulle. Oder Dose. Oh. Da sind grad vier Stück bei dem Turm runtergekrabbelt. Und die haben uns alle gesehen. Weg, Crazy, rennen. Ach, Crazy, nicht direkt auf mich zurennen. Ja, noch einer. Boah, scheiße. Dacht mir keiner, dass die Muni leer ist. Die andere nicht. Hui! Hui? Alter, hui. Alter, die ist das... Für einen Nahkampf ist das を viel zu nahe. Alter! Brad! Da hast du einen Krabbeln Enteringadiv. Du schießt hier und dann geht's hria-hria-hria-hria. Crazy. Sau, sau, sau. Was denn? Hä? Was ist denn mit Donald Winchester? Da kommst du drauf. Komisch. Onkel hat gesagt. Okay, ich würde sagen verpissen wir uns mal. Ja, weg ihr. So viel Muni hab ich noch nicht. Kommen denn die Penner jetzt her? Die kommen immer her. Komm, wir laufen mal da hinten zu den Windmühlen. Crazy? Ja, wo seid ihr hin? Ach nein, doch Crazy, achte doch mal ein bisschen drauf. Ja, weil ich bin in die andere Richtung wie hier. Er hat gesagt... Ja, aber doch nicht so weg wie weg. Weg von uns oder so. Du mal, äh... Dizek, das ist für den Wasserturm den Großen. Außerhalb der Stadt. Nicht blind. Ach, siehst du den Großen Fernsehturm da? Das ist ein Wasser. Ja, diesen komischen... Ist das ein Wasserturm? Auf jeden Fall kein Fernsehturm. Ja, aber scheisse geil, den Kugelturm. Den Kugelturm. Komm da hin, da stehen wir davor. Scheisse, ich bin immer noch Militärbasis. Aber da ist jetzt wieder Pumpe. Die haben... Ja logisch, weil wir die alle im Arsch haben. Hä? Ich könnte auch ein paar. Ach hier, da ist eine Kugel. Das ist ein Wasserturm sein? Hm, naja, okay. Ist aber nicht in der Stadt, das ist eine Aussage. Hier irgendwelche rumballern. Ja, kommt zu uns. Die Seite an dem Kugelturm. Na dem Leuch. Sollen wir dir noch einen Rauchkanal schmeißen? Man verkommt er. Konnte das ja nicht sehen, weil da war eine Wand davor. Moment. Wir sind so lieb. Boah. Also, doch nichts Winchester. Die ist normalerweise übelst leise, das verstehe ich jetzt ja. Ja, die ist ja auch leise. Ich hab die ja selber nur so pfeifen gehört, so. Scheiße. Wo den Schirrner? Hier kommt irgendwo ein Zombie. Ja. Wenn wir nach Westen laufen, von hier aus ist wieder eine Stadt. Aber da drüben ist eine Farm. Wo kommen denn die Pisser her? Das war einfach zu geil, wie du den Zombie abgeballert hast. Mit deiner komischen Jahre. Ja, wir haben den ja wieder beschossen. Das ist halt umgefallen. Das sah aus. Ich hab das aus meinem Blickwinkel. Sieben, acht Schuss in den Magen. Ja, genau. So sah das bei mir auch aus. Aber wenn der Magen geschossen hat, ziehst du bei jedem so aus. Da oben hängt eine Gondel.